Musik Guten Tag meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wirkt Gott in Ihrem Leben? Wann hat Gott begonnen, in Ihrem Leben zu wirken? Wann hat er begonnen, Ihre Schritte zu lenken und zu leiten? Erst in dem Zeitpunkt, als Sie zur Wahrheit gelangten, als Sie sich entschieden haben, sagen wir einmal, der Wahrheit gehorsam zu sein, vielleicht sich taufen zu lassen, oder vielleicht schon viel früher, auch wenn Sie das vielleicht gar nicht bemerkt haben, sind Ereignisse in Ihrem Leben bedeutungsvoll für das Heute, wo Sie heute sich befinden. Ich möchte in dieser Predigt heute ganz spezifisch und speziell auf Sie eingehen, ganz individuell. Betrachten Sie diese Predigt als etwas, was Sie ganz persönlich angeht. Und fragen Sie sich, wann hat Gott begonnen, in meinem Leben zu wirken? Und wirkt er heute? Und wird er weiterhin in meinem Leben wirken? Nun, manchmal ist das sehr schwer zu begreifen, dass vielleicht gewisse Ereignisse geschehen sind, die von Gott gelenkt worden sind. Wo man damals keine Ahnung hatte, dass vielleicht gewisse Entscheidungen inspiriert waren von Gott, den man gar nicht kannte, an den man gar nicht dachte. Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 45 an. Das ist natürlich die Stelle mit Josef. Wir wissen ja alle, dass Josef von den Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, weil er eben diese Träume hatte, die er dann auch weitererzählt hat. Ein bisschen auch in arroganter Weise. Und dann ist er in Ägypten natürlich von der Frau des Potiphar verführt worden. Zumindest wollte die ihn verführen, hat sich sofort dann davon abgewandt, weil er wusste, dies wäre Ehebruch. Ehebruch. Interessant ist auch, dass das Gesetz gegen Ehebruch, also schon bereits bestand, lange bevor die 10 Gebote gegeben wurden. Und er kam dann ins Gefängnis, aufgrund der Schmähungen der Frau. Und die Entscheidung war dann die, dass er letztendlich vor den Pharao gebracht wurde, weil er eben sich auf Träume verstand und der Pharao hatte einen Traum. Und er konnte diese Träume deuten. Und dann kam es dahin, dass er guten Rat gab, denn es würden zunächst einmal sieben fruchtbare Jahre in Ägypten sein, aber dann sieben Jahre der Hungersnot. Und er musste sich darauf vorbereiten. Und gut. Und dann war es so, dass sogar Jakob und seine Söhne auch Hunger litten. Und die Söhne kamen dann nach Ägypten und bekamen dann auch Nahrung von Josef, der sie erkannt hatte, aber sich noch nichts zu erkennen gab. Aber schließlich gab er sich denen zu erkennen und die waren jetzt sehr besorgt. Verständlich. Die dachten jetzt, der Josef, der wird sich an uns rächen, weil wir ihn damals nach Ägypten verkauft haben. Nun schauen wir uns an in 1. Mose 45 und in Vers 4, wie die Geschichte weitergeht. Und er aber, Josef, sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebenswillen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Und es sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, Vers 8, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Nun, ich glaube nicht, dass Josef das bereits wusste, dem Zeitpunkt, als er nach Ägypten verkauft wurde. Aber ihm wurde dies mehr und mehr klar. Es waren nicht die Brüder, sondern es war Gott letztendlich, der dies bewirkt hat. Auf diese merkwürdige Weise bewirkt hat. Nun, die Brüder, die waren nicht so überzeugt, dass der Josef es wirklich ernstlich meinte. Und dann starb Jakob. Und dann haben sie wieder Angst bekommen. Aber im 1. Mose, Kapitel 50, 1. Mose 50, lesen wir Vers 18. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Die Implikation ist, dass wenn es Josef nicht gegeben hätte in Ägypten, dass die Brüder alle gestorben wären. Die wären nicht überlebt oder hätten nicht überlebt. Die hätten scheinbar diese Hungersnot nicht überlebt. Gott wusste dies. Gott hat diese Dinge bewirkt im Leben des Josef und natürlich dann auch im Leben der Brüder. Gott hat in unserem Leben Dinge getan, uns in gewisse Gleise hinein geleitet, die wir möglicherweise gar nicht verstanden haben. Aber Gott hat das immer getan, wenn er einen Plan hatte für gewisse Menschen. Und wie ich Ihnen zeigen werde, Gott hat einen Plan für sie ganz individuell, die Sie mir heute zuschauen. Denken wir an David. Nun, David würde zu einem großen König werden in Israel. Aber zunächst einmal war David ein Schäfer. Und er hat Schafe gehütet. Und wie wir lesen, hat er auch Schafe beschützt. Er sagte, wenn zum Beispiel jetzt ein Bär kam und ein Schaf fressen wollte, dann hat er noch das Schaf aus dem Maul des Bären herausgerissen, um es zu retten. Später wurde er ein Schäfer des Volkes Israel. Um das Volk Israel zu leiten und zu beschützen. Ähnlich Mose. Zunächst einmal war Mose 40 Jahre in Ägypten, wurde in der Weisheit Ägyptens erzogen. Nun, das war nicht immer alles nur göttliche Weisheit. Natürlich, er musste gewisse Dinge ablegen nachher. Aber interessant ist schon, als er nachher zurückkam nach Ägypten, war er nach wie vor ein angesehener Mann. Der war bekannt. Und der hatte 40 Jahre lang in Ägypten gelebt. Und dann war er 40 Jahre lang in Midian. Und was war er? Ein Schäfer. Er hat wiederum Schafe gehütet. Und dann ging er, als er 80 Jahre alt war, zurück nach Ägypten, um Israel aus der Sklaverei, der Gefangenschaft herauszuholen. Wiederum als ein Schäfer auch, der Schafe, jetzt menschliche Schafe, hüten und leiten musste. Und vielfach wird das Volk Israel auch von David von Mose als Schafe bezeichnet. Amos zum Beispiel war auch ein Schäfer, der Prophet Amos. Denken wir zum Beispiel an Petrus. Nun, Petrus war ein Fischer. Aber Christus sagte später zu ihm, du bist zwar jetzt ein Fischer, aber ich will dich zu einem Fischer von Menschen machen. Aber diese Dinge, die er lernte als Fischer, die kamen ihm dann zugute später in seiner Aufgabe als ein Menschenfischer. Christus selbst, das war er, ein Zimmermann, wie es heißt. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass er lediglich da gewisse Reparaturen in Häusern vornahm. Nein, er war, was man heute sagen würde, ein Architekt, der Häuser baute. Als Mensch war er jemand, der Häuser baute. Nun, die Kirche heute ist und wird mit einem Haus verglichen. Und interessant ist, dass sogar Christus als Mensch gewisse Erfahrungen als jemand machte, der Häuser baute. Denken wir zum Beispiel auch an Daniel und seine drei Freunde. Die wurden in die Sklaverei geführt. Die waren Gefangene am Hof von Babylon. Aber Gott gebrauchte Daniel in dieser Eigenschaft, zunächst einmal, um dort ausgebildet zu werden und hat ihm nachher dann Visionen gegeben, die zunächst einmal sich natürlich auch auf die Könige damals bezogen, aber auch auf uns heute, weil es Endzeit-Prophezeiungen waren. Denken wir an Ruth. Nun, die lebte in Moab, aber als dann ihr Mann starb, dann ging sie mit der Schwiegermutter zurück nach Israel. Und letztendlich hat sie den Boas geheiratet und aus dieser Verbindung ist letztendlich dann David hervorgegangen und durch David Jesus Christus. Nun, was wäre gewesen, wenn die Ruth nicht nach Israel zurückgegangen wäre? Denken wir an Noah. Was wäre gewesen, wenn es keine Noah gegeben hätte? Den einzigen Menschen, der gerecht war auf Erden zu dem damaligen Zeitpunkt, durch den Gott die Menschheit überleben ließ. Durch die Arche und die, die in der Arche waren. Nun, Gott wusste, dass es einen gerechten Noah geben würde, denn Gott hatte Prophezeiungen gemacht, auch im Hinblick auf Jesus Christus. Wenn damals die ganze Welt vernichtet worden wäre, wie wäre dann Christus aus der Menschheit hervorgegangen durch Maria? Denken wir auch an Esther, die Königin Esther, die zunächst einmal an den Hof gebracht wurde von dem Perserkönig. Und dann geschah es ja, dass dieser Haman versuchte, alle Juden umzubringen. Und der Onkel hat dann die Esther aufgefordert, einzuschreiten. Und schauen wir uns einmal an im Buch Esther, im vierten Kapitel, was der Onkel sagt zu der Esther. In Kapitel 4, denn die Esther, die hat sich ein wenig gefürchtigt, jetzt den König anzusprechen. Und was sagt jetzt der Onkel Mordiachi? In Esther Kapitel 4 und Vers 13. Und Esther hat sich dann engagiert und die Juden wurden gerettet. Und blieben am Leben. Aber schauen Sie, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wenn Sie heute mir zuhören, denken Sie vielleicht an die Sackgassen, an die dunklen Wege, an die Umleitungen, an die Einbahnstraßen, an die finsteren Täler, an die dunklen Nächte, durch die Sie gegangen sind und haben sich gefragt, warum das alles. Aber Sie sind dabei anzukommen. Schauen Sie, Sie sind dabei, die Wahrheit zu erkennen. Haben Sie sie erkannt? Sie sind in diesem Zug, der hinfährt zum ewigen Leben. Springen Sie nicht von diesem Zug raus. Einige, die wollen nicht mehr weiterreisen. Die haben genug. Die wollen abspringen. Egal, wie Sie zu diesem Zug gelangt sind. Sie sind jetzt in diesem Zug. Ein Passagier. Nicht unbedingt ein Lokführer. Einige wollen gerne Lokführer sein. Nein, Gott hat Sie als einen Passagier in diesen Zug gesetzt. Bleiben Sie drin. Sprenge Sie nicht ab. So kurz vor dem Erreichen des Ziels. Denn, wissen Sie, Gott hat Sie schon längst beachtet, wie ich Ihnen zeigen werde, seit Ihrer Geburt, wie ich Ihnen zeigen werde, noch vorher hat Gott gewisse Dinge geleitet, damit Sie überhaupt geboren werden konnten. Wie zum Beispiel Jesus Christus geboren wurde als Nachfahrer von David, der geboren wurde als Nachfahre von Ruth und Boaz, die letztendlich abstammen von Noah und seinen Kindern, der letztendlich abstammt von Adam und Eva. Alles dies musste in die Wege geleitet werden. Denken wir an Jona. Der wollte weglaufen von seinem Ruf. Dem hat es nicht gepasst, dass er jetzt die Assyrer warnen sollte. Aber Gott sah zu, dass dieser Auftrag erfüllt werden würde. Durch sehr markante Ereignisse. Ich bin sicher, dass Jona in keinster Weise daran gedacht hatte, dass er im Bauch eines Seeungeheuers, eines Seeuntiers, der jetzt sein würde, für drei Tage und drei Nächte. Aber auch das hat eine prophetische Bedeutung gehabt für Jesus Christus, der drei Tage und drei Nächte im Grabe sein würde. Alles dies war von Gott gelenkt worden. Und Jona hat seinen Auftrag erfüllt. Denken wir an Hiob, der durch unsagbare Qualen und Probleme ging, gehen musste, um letztendlich zur Bekehrung zu gelangen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, den Hiob zur Bekehrung zu bringen, Gott hätte ihn gewählt. Es gab keinen anderen Weg. Aber Hiob war, wie ich Ihnen zeigen werde, vorherbestimmt, in diesem Leben berufen zu werden. Wie auch Sie, die Sie mir heute zuhören, aller Wahrscheinlichkeit nach, denn sonst würden Sie mir heute nicht zuhören. Jedenfalls mit offenen Ohren und einem aufgeschlossenen Sinne nicht zuhören. Wie auch Sie vorherbestimmt worden sind, zu dieser Zeit berufen zu werden. Das heißt nicht, dass Sie es bereits schon geschafft haben, aber Sie sind berufen zum Heil. Ihnen werden die Augen geöffnet, sodass Sie diesen Weg gehen können, wenn Sie sich dazu entscheiden. Und wie lange ist diese Berufung schon erfolgt, diese Entscheidung, berufen zu werden? Nur wie ich Ihnen zeigen werde, weitaus länger, als Sie vielleicht denken. Aber zunächst einmal möchte ich hier auf eine Stelle eingehen in Johannes Kapitel 9. Denn auch hier sind Ereignisse beschrieben, die man schwer verstehen mag. Die Jünger haben sie mit Sicherheit nicht verstanden. Johannes Kapitel 9, Vers 1. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Warum werden heute Menschen blind geboren? Warum haben sie diese schrecklichen Makel? Warum heilt sie Gott nicht sofort? Warum werden die überhaupt so geboren? Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, natürlich nicht, wie kann er gesündigt haben, wenn er blind geboren ist, noch seine Eltern, die hatten auch nichts damit zu tun, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Die ganzen Jahre hindurch war dieser Mann blind. Aber jetzt wurde er geheilt, damit die Werke Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Allmacht Gottes offenbar werden konnte. Wir lesen auch, dass der Pharao, der Pharao des Auszugs, der war von Gott zu dem Zweck eingesetzt worden, auf den Ton gesetzt worden, damit Gott seine Herrlichkeit an ihm erweisen könnte, denn Gott wusste, dieser war ein sehr eigensinniger Mensch, der nicht ohne weiteres Israel ziehen lassen würde. Das können Sie in Römer 9 und Vers 17 nachlesen. Ich glaube nicht, dass der Pharao sich dessen bewusst war. Ich glaube noch nicht einmal, dass zunächst einmal Mose, als er damals floh aus Ägypten, sich dessen bewusst war, dass ein Pharao kommen würde, der von Gott eingesetzt werden würde, um gewisse Prophezeiungen, gewisse Absichten Gottes erfüllen zu können. Offenbarung Kapitel 17 und Vers 8 zeigt uns etwas über den Zeitpunkt, wenn Gott entschieden hat, sie in dieser Jetztzeit zu berufen. Wann war dieser Zeitpunkt? Hatte er etwas damit zu tun, wie sie in diesem Leben gelebt haben? Oder hatte das mit ihrer Lebensweise an sich erstmal gar nichts zu tun? Offenbarung Kapitel 17 und Vers 8, schauen wir uns einmal an, was hier geschrieben steht. Das Tier, das du gesehen hast, ist eine endzeitliche Persönlichkeit, ein militärischer Führer, der noch kommen wird in Europa. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen. Und das Tier kann sich auch auf eine Macht beziehen und es geht hier auch um Wiederauferstehungen, denn diese Macht, dieses römische Reich, würde zehnmal wieder auferstehen. Und hier wird eine Stelle beschrieben, die sich auf die neunte und dann auch auf die zehnte Wiederauferstehung bezieht. Aber es kann auch sein, dass es um jemanden geht, der mal populär war, wenn es um das endzeitliche Tier geht und der dann zunächst einmal von der politischen Bühne abgetreten ist und dann wieder auf einmal hervorkommt, wie das bei Hitler der Fall war. Aber es geht mir hier um etwas anderes. Es heißt, es wird aus dem Abgrund herauskommen, wird in die Verdammnis fahren und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lammes vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist, jetzt nicht ist und wieder sein wird. Es geht hier um Menschen, deren Namen nicht von Anfang der Welt an im Buch des Lebens geschrieben stehen. Was bedeutet, dass es also auch Menschen gibt, deren Namen von Anfang der Welt an im Buch des Lebens geschrieben stehen. Die gute Nachricht übersetzt, die Menschen, deren Namen nicht seit Beginn der Welt im Buch des Lebens stehen, die werden staunen. Die Große Bibel beschreibt, staunen werden die Bewohner der Erde, deren Namen seit der Erschaffung der Welt nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Nun, die Namen derer, die im Buch des Lebens verzeichnet sind seit Anbeginn der Welt, sind diejenigen, die in dieser Jetztzeit, innerhalb dieser letzten 6000 Jahre bis hin zur Wiederkunft Christi, berufen werden sollen zum Heil. Die werden diese Berufung erlangen. Aber schauen Sie, Ihre Identität, wenn Sie es glauben wollen oder nicht, stand bereits bei Gott fest, seit Anbeginn der Welt. Denn Gott kann ja in die Zukunft blicken. Noch einmal gesagt, aus dieser Stelle ergibt sich, dass Gott die Namen derer, die er in diesem Leben berufen will, seit Beginn der Welt in seinem Lebensbuch niedergeschrieben hat. Nun, andere werden auch in seinem Lebensbuch geschrieben werden, im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung. Da wird nämlich das Buch des Lebens offen da liegen. Und dann können deren Namen eingeschrieben werden. Aber zunächst einmal geht es mir heute um die Erstlinge. Um diejenigen, die in dieser Jetztzeit berufen werden sollen zum Heilen. Und es sind nur sehr wenige. Die gesamte große Masse der Menschheit ist heute nicht zum Heil berufen. Nur wenige. Aber wenn sie dazu gehören, dann ist ihr Name im Lebensbuch des Lammes verzeichnet worden, seit Anbeginn der Welt. Und wie ich Ihnen zeigen werde, sogar noch vorher. Zunächst einmal Offenbarung Kapitel 13 und Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, wiederum, dieses Tier, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Also hier auch wiederum der gleiche Gedanke kommt zum Ausdruck. Die Gute Nachricht-Bibel schreibt, alle, deren Namen nicht seit Beginn der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Die große Bibel schreibt, alle, deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist, ins Lebensbuch des Lammes. Die Zürcher Bibel schreibt, alle Bewohner der Erde, dessen Name von Grundlegung der Welt an nicht geschrieben steht, im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Und ebenso die Menge Bibel, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Nun, andere Übersetzungen bringen es so, wie zum Beispiel die Überfelder Bibel, dass sie seit Anbeginn der Welt in Bezug setzen zu dem Lamm. Und sie schreiben, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, von Grundlegung der Welt an. Und auch das ist durchaus richtig. Denn von Grundlegung der Welt an ist bestimmt worden, dass das Lamm getötet werden müsste. Jesus Christus würde für uns sterben, damit wir ewiges Leben erlangen können. Also beide Aussagen sind richtig, obwohl hier in Offenbarung 13, Vers 8 scheinbar auch wieder es darum geht, dass unsere Namen von denen, die berufen werden sollen in diesem Leben, in diesem Leben, seit Anbeginn der Welt niedergeschrieben worden sind im Lebensbuch des Lammes. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass unser Name nicht ausgelöscht werden kann aus dem Lebensbuch des Lammes. Christus wangst davor in Offenbarung Kapitel 3, zum Beispiel Offenbarung Kapitel 3 und Vers 5, wo wir lesen, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Also der Zeitpunkt der Berufung ist erfolgt, sie sind berufen worden, sie müssen aber weiterhin überwinden. Keine Garantie jetzt, dass sie das ewige Leben erlangen werden, sie müssen ihren Teil tun. Und so sagt er hier, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen von meinem Vater und vor seinen Engeln. Aber wir können natürlich die sogenannte unvergebbare Sünde begehen, indem, dass wir gegen diesen Lebensweg, der uns offenbart worden ist, sündigen, weil wir nichts mehr damit zu tun haben wollen. Wir beginnen diesen Lebensweg zu hassen. Wir wollen nicht mehr bereuen und von daher können wir auch nicht mehr bereuen und von daher können wir auch keine Vergebung erlangen. Und dann werden wir in der Tat diejenigen sein, deren Namen aus dem Lebensbuch des Lammes ausgelöscht werden. Und es gibt viele Stellen, die das anzeigen. Ich möchte kurz hier auf Psalm 69 eingehen. Psalm 69. Also wir haben schon eine Verantwortung. Darum geht es mir eigentlich heute weniger. Es geht mir darum, Ihnen zu zeigen, dass Gott in Ihrem Leben gewirkt hat und auch heute wirkt. Psalm 69 und Vers 29. Da sagt hier David, tilge sie, es geht hier um diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Also das sind die Sünder, die einfach nicht bereuen wollen. Und so gibt es viele Stellen, die dies deutlich machen. Zum Beispiel auch in 2. Mose 32. Da war der Mose ein wenig verzweifelt. Nun, ein wenig ist ein wenig zu wenig gesagt. Der war sehr verzweifelt, weil die Israeliten einfach nicht Gott gehorsam sein wollten. Aber er hat Folgendes hier dann zum Ausdruck gebracht. 2. Mose 32 und in Vers 31. Nun eine sehr selbstlose Einstellung, aber so läuft es natürlich nicht, denn wir lesen weiter in Vers 33. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Also du hast nicht an mir gesündigt, in dem Sinne, du hast keine unvergebbare Sünde begangen. Aber wenn jemand eine unvergebbare Sünde begeht, der wird aus dem Buch getilgt werden. Vorher nicht. Offenbarung 20 und Vers 15 sagt etwas Ähnliches. Offenbarung 20 und Vers 15. Wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben, in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den folgenden Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Das sind diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, die in der dritten Auferstehung hochkommen, um im folgenden Pfuhl verbrannt und vernichtet zu werden. Mit anderen Worten, das sind diejenigen, deren Name nicht oder nicht mehr geschrieben steht im Lebensbuch des Lammes. Aber wiederum zurückkehrend auf die Tatsache, dass ihr Name, wenn sie von Gott berufen werden, wie das den Anstand hat, wenn sie mir heute mit offenem Sinne zuhören, ihr Name ganz persönlich war bereits im Lebensbuch des Lammes niedergeschrieben, seit Grundlegung der Welt. In Jeremia Kapitel 1 wird deutlich, dass Gott Jeremia kannte, noch bevor Jeremia geboren worden war oder zumindest seit seiner Geburt. Jeremia Kapitel 1 und Jeremia hat das auch nicht unbedingt verstanden zunächst einmal, denn Gott hatte ihn jetzt beauftragt, etwas zu tun und Jeremia hat sich da gefürchtet, hat gedacht, das kann er nicht. Jeremia Kapitel 1, Vers 4. Also seit Geburt oder seit Zeugung kannte Gott den Jeremia und hatte bereits entschieden, dass Jeremia letztendlich zu einem Propheten werden würde, den er benutzen würde, um Prophezeiungen weiterzugeben. Ich aber sprach, Vers 6, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebete. Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Nun war Jeremia eine Ausnahme. Galt das jetzt nur für den Jeremia? Nun, wir wissen, dass Gott Jakob und Esau kannte, bevor sie geboren wurden. Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9, die Verse 10 bis 13. Und Gott hatte eine Entscheidung getroffen, dass er Jakob benutzen würde, gewisse Dinge zu tun, nicht Esau, obwohl Esau der Erstgeborene war. Römer 9 und Vers 10. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekah, die von dem einen, unserem Vater Isaac, schwanger wurde, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt. Der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, oder besser übersetzt weniger geliebt. In dem Zusammenhang, Gott wollte durch Jakob gewisse Dinge erfüllen. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass Jakob in seinem Leben immer richtige Entscheidungen getroffen hat, keineswegs. Er hat durch Hinterlist, durch Lüge, den Segen erlangt von Isaac, in gewisser Weise auch durch Hinterlist, das Erstgeburtsrecht. Aber es war Gottes Wille, dass Jakob letztendlich den Segen und das Erstgeburtsrecht erhalten würde, nicht auf die Weise, wie Jakob es angestellt hat. Und er musste bitter dafür büßen. Er musste erkennen, was es bedeutet, selbst betrogen zu werden durch seinen Onkel Laban. Nein, aber Gott sah zu, dass sein Plan im Hinblick auf Jakob erfüllt werden würde. Und Gott kannte auch David vor seiner Zeugung. In Psalm 139 lesen wir dies. Psalm 139 und in Vers 16. Auch hier wiederum, wir hatten gesehen, der David war zunächst einmal ein Schäfer, wurde als ein Schäfer ausgebildet, lernte gewisse Lektionen als Schäfer, die ihm nachher zugute kamen, als er dann das Volk Israel, seine Schafe, leiten musste. Das heißt nicht, dass David alles richtig tat. David hat streckenweise schwer gesündigt. Aber letztendlich hat Gott gewisse Dinge im Leben des David geleitet, damit er ihn verwenden konnte und zum König machen konnte. Psalm 139, Vers 16. Was sagt David hier? Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Nehmen Sie das ganz persönlich. Gottes Augen sahen sie, als sie noch nicht bereitet waren. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Und hier als Anmerkung, das Wort Tage steht nicht im Urtext. Der Übersetzer musste hier etwas hinzufügen. Irgendetwas war im Buch geschrieben, von dem noch nichts da war. Und einige Übersetzer haben hier das Wort Tage ergänzt. Andere Übersetzungen haben hier Taten oder Handlungen oder auch meine ungebildeten Körperteile. Mit anderen Worten, das, was noch erst im Mutterleibe entstehen sollte. Das war bereits schon niedergeschrieben worden. Aber wenn es um Tage geht, sagen wir einmal, müssen wir auch begreifen, dass unsere Lebenstage durch unsere Entscheidungen natürlich verkürzt oder auch verlängert werden können. Und das müssen wir begreifen. Zum Beispiel im Buch Jesaja lesen wir in Kapitel 38, dass Gott dem König sagte hier, Hiskia, du wirst sterben. Und dann hat Hiskia zu Gott gebetet. Und aufgrund dieses herzzerreißenden Gebetes hat sich Gott entschieden, dem Hiskia noch weitere 15 Jahre zu schenken. Wir lesen dies hier in Jesaja 38, Vers 5. Gehe hin und sage, Hiskia, sagt Gott jetzt hier zu dem Propheten Jesaja. Ja, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen, siehe, ich will deine Tage noch 15 Jahre zulegen. Und dann werden ihm noch weitere Versprechungen gegeben. Also wir können natürlich zu Gott beten. Sagen wir mal, wir sind sehr krank, vielleicht sogar sterbenskrank. Wir können Gott bitten, unsere Tage zu verlängern, uns nicht sterben zu lassen. Und wenn dies im Einklang steht mit Gottes Willen, kann man auch davon ausgehen, dass Gott das tun wird. Denn es wird nichts geschehen gegen Gottes Willen. Aber wenn wir sterben, dann ist unsere Zeit eben gekommen zu sterben. Und dann haben wir uns als Christen qualifiziert. Und dann werden wir im Reich Gottes sein. Schauen wir uns auch einmal Sprüche an, Kapitel 10. Sprüche Kapitel 10 und Vers 27. Sprüche 10 und Vers 27. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage. Aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Also unsere Entscheidungen haben schon auch Einfluss auf die Zahl unserer Tage, die Zahl unseres Lebens. In Psalm 55 wird etwas Ähnliches gesagt. In Vers 24. Psalm 55. Und in Vers 24. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und die Falschen, die werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. Viele, die zum Beispiel Freude haben, Krieg zu führen, in den Krieg ziehen, viele von denen kommen um. Hätten nicht umkommen müssen, wenn sie nicht in den Krieg gezogen wären. Aber wie gesagt, auch hier ging es mir darum, im Psalm 139, um deutlich zu machen, dass Gott, den David, kannte seit seiner Zeugung. Dass Gott sie kennt, gekannt hat, seit ihrer Zeugung. Dass Gott auf sie geachtet hat. Nun, es heißt, Gott achtet auf alle Menschenkinder. Aber ganz besonders auf die, die er heute in dieser Jetztzeit berufen will. Und er wird, wie ich Ihnen nachher noch zeigen werde, gewisse Dinge in ihrem Leben lenken. Und hat sie bereits gelenkt, ohne dass sie das vielleicht verstanden haben, um sie dorthin zu bringen, wo sie heute sind. Sie sind noch nicht angekommen. Der Zug, der fährt noch. Sie haben das ewige Leben noch nicht erlangt. Aber sie sind dabei, dem ewigen Leben entgegenzufahren. Werfen sie diese Gelegenheit nicht von sich. In Galater Kapitel 1. Lesen wir etwas in Vers 15. Galater Kapitel 1 und Vers 15. Da sagt der Paulus. Als es aber Gott wohl gefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er dann letztendlich seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Er schien also für zwei Jahre, wie andere stellen uns nicht sagen, in Arabien gewesen zu sein, wurde dann scheinbar sogar persönlich von Christus gelehrt. Aber hier sagt der Paulus, dass er von seiner Mutterleib an ausgesondert worden war. Letztendlich diese Funktion zu erfüllen. Aber schauen Sie, zunächst einmal war er der Saulus, derjenige, der die Christen verfolgte. Ein Pharisäer, der Pharisäer, der total eifrig war, aber auf falsche Weise. Und das hat Paulus später natürlich auch eingesehen. Und Gott hat das alles beobachtet. Er hat gewisse Entscheidungen des Paulus auch gelenkt. Natürlich nicht die, dass er Saulus jetzt die Christen verfolgte, aber er hat ihn auch nicht verworfen. Christus wusste, er würde ihn letztendlich berufen, um zu einem Apostel zu werden, einem der größten Apostel der Weltgeschichte. Er sagte später ja auch, dass der Paulus lernen würde, wie viel er für ihn, für Christus leiden müsste. Denn er hat viel Leid gebracht auch über andere. Aber schauen Sie, Gott hatte ihn beobachtet die ganze Zeit. Er hatte ihn bereits schon seit dem Mutterleib ausgesondert. Also auch Sie, wenn Sie vielleicht schlimme Entscheidungen in Ihrem Leben getroffen haben, falsche Dinge getan haben, bevor Sie berufen worden sind, oder sagen wir einmal, bevor die Berufung erkennbar wurde in Ihnen, das bedeutet nicht, dass Gott Sie die ganze Zeit über nicht beachtet hätte. Nun, wir leben in dieser Welt, eine Welt, die von Satan, dem Teufel, regiert wird. Gott hat gewisse Dinge zugelassen, aber er hat einen Plan für Sie, ganz persönlich. Und Sie sind heute dort, wo Sie sind. Sie sind dahin schon gekommen. Schauen Sie, wir wurden zur Berufung vorherbestimmt. Wir, ganz persönlich, Sie, ehe der Weltgrund gelegt war, wurden bereits zur Berufung in diesem Leben vorherbestimmt. Gott, Gott kannte sie, noch ehe der Weltgrund gelegt war. Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 1, die Phase 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Die Stelle ist klar. Es geht um sie persönlich. Sie sollten zu einem Kind Gottes werden, noch bevor der Weltgrund gelegt war. Sie würden berufen werden in dieser Jetztzeit, um diese Gelegenheit wahrzunehmen. Nun, es liegt nach wie vor an ihnen, ob sie dieser Gelegenheit auch folgen wollen. Aber die Gelegenheit wird ihnen offenbart, und das war bereits schon vorherbestimmt, noch ehe der Weltgrund gelegt war. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1, und schauen wir uns Vers 2 an. Er sagt her, Gott, der Vater, hat uns ausersehen durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Aber die Elberfelder Bibel übersetzt, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Und die Zürcher Bibel schreibt nach der Vorherbestimmung Gottes. Und immer und immer wieder lesen wir über die Vorherbestimmung, die mit dem Zeitpunkt der Berufung zu tun hat. Nicht, dass man automatisch jetzt das Heil erlangt hätte, aber mit dem Zeitpunkt der Berufung. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 13. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Als Erste. Nun, wir sind in der Tat die Erstfrüchte. Wir sind die wenigen heute, die diese Gelegenheit haben. Die Masse der Menschen, alle, die jemals gelebt haben, werden diese Gelegenheit noch erhalten. Und zwar im großen weißen Throngericht. Aber andere Übersetzungen, wie die Elberfelder Bibel schreiben hier, dass Gott uns von Anfang an erwählt hat. Die gute Nachricht schreibt, schon bevor er die Welt schuf, hat er euch auserwählt. Hat er sie auserwählt. Noch bevor er die Welt schuf. 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Die Zürcher Bibel, die Elberfelder Bibel, die Schlachter Bibel, alle übersetzen, vor ewigen Zeiten. Die gute Nachricht sagt, vor unendlich langer Zeit hat er uns durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt. Die Gnade der Berufung. Vor unendlich langer Zeit stand bereits fest, dass sie heute, in dieser Jetztzeit, berufen werden sollen. Schauen wir uns 1. Korinther, Kapitel 2, an und Vers 7. Auf die Konsequenzen dieser Erkenntnis werde ich gleich noch zu sprechen kommen. In 1. Korinther 2 und Vers 7. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit. Vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit, hat Gott dies vorherbestimmt. Apostelgeschichte 13. Hier geht es um die Berufung von Menschen, die in die Kirche hineingebracht wurden. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ja, wir sind heute dazu bestimmt, das ewige Leben zu ererben. Wie ich sagte, keine Garantie in dem Sinne, dass wir weiterhin in Sünde leben könnten, aber wir sind dazu bestimmt, zunächst einmal berufen zu werden, um dieser Berufung dann zu folgen. Die Mengebibel schreibt, alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Nun, keiner kann zu Gott kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn, keiner kann zu dem Vater kommen, es sei denn, es geschieht durch Jesus Christus. Aber wenn wir zum ewigen Leben verordnet sind, wenn wir dazu verordnet sind, in diesem Leben jetzt berufen zu werden, wenn wir dazu vorherbestimmt waren, dann haben wir diese Gelegenheit. Apostelgeschichte 2 und Vers 47. Sie lobten Gott, sie fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden, oder wie die große Bibel schreibt, die gerettet werden sollten. Auch Römer, Kapitel 8, Römer, Kapitel 8, die Verse 28 bis 30. Römer 8 und Vers 28, da lesen wir, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist der Prozess. Aber schauen Sie, die Vorherbestimmung, das Ausersehen, kommen vor der Berufung. Die Erbefelder Bibel schreibt, die er erkannt hat. Die Pantloch Bibel schreibt, die er im Voraus erkannte. Die bestimmte er auch im Voraus zur Teilhabe an der Bildgestalt seines Sohnes. Also das nächste Mal hat uns Gott ausersehen, erkannt, im Voraus erkannt, seit Grundlegung der Welt, wie wir dies bereits schon mehrfach jetzt gelesen haben. Herbert Armstrong hat in seinem Buch Predestination, that the Bible teaches, mit anderen Worten Vorherbestimmung, lehrt das die Bibel, im Jahr 1957 erschienen, folgendes gesagt. Vorherbestimmung hat lediglich mit der Zeit unserer Berufung zu tun. Römer 8, 28 bis 30 sagt, denn die er Ausersehen oder zuvor gekannt, im Englischen foreknew, hat, die hat er dann auch letztendlich vorherbestimmt berufen. Er schreibt, wie groß ist Gott? Wenn sie heute berufen sind, hat Gott sie ausersehen oder zuvor gekannt. Er kannte sie Tausende von Jahren vor ihrer Geburt, schreibt der Armstrong hier, ganz im Einklang mit dem, was wir in der Bibel gelesen haben. Nun, Gott kann uns fällen, wie einen unfruchtbaren Baum, und uns den Eingang in sein Reich verwehren, wenn wir uns nicht qualifizieren, wenn wir uns weigern, uns zu qualifizieren. In Lukas Kapitel 13 wird das deutlich. Wie ich sagte, Vorherbestimmung hat mit dem Zeitpunkt der Berufung zu tun, nicht mit dem automatischen Eingang in Gottes Reich. Wir müssen uns schon bewähren. Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Er sagte ihnen das Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Und er sprach zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Er aber antwortete und sprach zu ihm, oder es heißt noch, warte hier, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nichts, so hau ihn ab. Also Gott gibt uns Gelegenheit, Gott gibt uns die Zeit zu bereuen, uns zu bekehren, uns zu bessern. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn wir uns absolut weigern, dies zu tun, dass er uns abhauen wird. Aber Gott will, dass wir es schaffen. Er hat uns nicht vorherbestimmt, um uns in diesem Leben zu berufen, sodass wir kläglich versagen. Er will, dass wir es schaffen. Philippa Kapitel 1. Philippa Kapitel 1 und Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, oder andere Übersetzungen haben, volle Überzeugung, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Ja, er wird es vollenden, wenn wir ihn es vollenden lassen. Wir sind das gute Werk. Er hat es in uns begonnen. Er will es vollenden, er will, dass wir ins Reich Gottes eingehen, dass wir ewiges Leben erlangen, dass wir Teil werden seiner Gottfamilie, als wiedergeborene Gottwesen seiner Familie teilhaben können. Gott gibt uns sogar Gelegenheit, nach seinem Willen zu leben. Er gibt uns diese Gelegenheiten. Aber das bedeutet nicht unbedingt, erst seitdem wir getauft worden sind. Diese Gelegenheiten gab er uns vorher schon. Denn Gott hat uns ja schon seit Grundlegung der Welt gekannt. Er hat uns seit unserer Geburt gekannt. Glauben Sie nicht, dass er uns total links liegen gelassen hätte. Er hat viele Dinge in unserem Leben getan, bewirkt, inspiriert, die wir vielleicht gar nicht erkannt haben. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat uns diese Gelegenheiten gegeben, gibt sie uns tagtäglich, diese Möglichkeiten in guten Werken zu wandeln. Wie ich sagte, viele Entscheidungen, die wir in unserem früheren Leben getroffen haben mögen, die waren von Gott beeinflusst, ohne dass wir das wissen. Doch wenn Gott uns dann beruft, dann will er, dass wir eine gute Sache, die wir durch seine Inspiration bereits vor unserer Berufung begonnen haben, auch weiterführen und zu Ende bringen. Einige, die meinen, nachdem sie jetzt berufen worden sind, die müssten alles das aufgeben, was sie vorher getan haben und damit auch das Gute aufgeben, was sie getan haben. Schauen Sie, Gott war in Ihrem Leben anwesend, die ganze Zeit hindurch. Nun, Sie haben viele falsche Entscheidungen getroffen. Natürlich, das Falsche müssen Sie ablegen. Aber denken Sie nicht daran, dass Sie auch das Gute, was Sie begonnen haben, ablegen müssten. In Sprüche Kapitel 16, da lesen wir in Vers 9 etwas sehr Interessantes. Sprüche Kapitel 16 und Vers 9. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Ja, Gott hat sie inspiriert, ohne Zweifel gewisse Dinge zu tun. Ich möchte ein wenig aus meinem Leben erzählen. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Geschichte bereits. Als ich damals zur Wahrheit kam, immer mehr die Wahrheit erkannte, ich war da bereits schon dabei, Jura zu studieren. Ich war, glaube ich, im vierten, fünften Semester. Und je mehr ich mich mit der Bibel befasst bin, je mehr ich die Wahrheit erkannte, da hatte ich mir dann die Frage gestellt, ja, ist es wirklich notwendig, hier überhaupt sinnvoll, weiter Jura zu studieren? Was mache ich dann mit dem Jurastudium, wenn ich fertig bin? Und dann bin ich damals zu der Predigerschaft der Kirche Gottes hin und habe um Rat gefragt. Nun, damals war noch die Zeit, wo man noch mehr auf die Prediger geachtet hat als heute. Leider muss ich das sagen. Und mir wurde der Rat gegeben, ich hatte diese Sache begonnen, ich solle sie zu Ende führen zunächst einmal. Ich solle mein Studium nicht einfach abbrechen, sondern ich solle sie zu Ende führen, wurde mir geraten. Es ging auch darum, dass ich in dem Jahr nicht allzu gut war und brauchte einen Schein, um weitermachen zu können. Und ich musste also eine gute Klausurarbeit schreiben. Nun, interessant war, dass ich an einem Abend, bevor die Klausur gegeben wurde, mir noch so einige Fälle und Lösungen, wie es damals so schön hieß, in einem Buch durchlas. Und einer dieser Fälle kam am nächsten Tag in der Klausur dran, sodass ich natürlich dann die Lösung wusste und habe dann auch eine gute Arbeit geleistet und konnte dann weitermachen. Hatte damals auch noch BAföG bekommen. Und von daher konnte ich dann auch weitermachen. Ich konnte dann auch das Examen abgeben. Und nun, dann ging es so weit, dass ich dann natürlich als Jurist, wie Sie wissen, musste ich ja zwei Examiner ablegen. Und habe das dann auch getan. Ich lernte meine Frau dann kennen. Wir haben dann geheiratet. Und dann habe ich als Anwalt auch weiterhin praktiziert. Ich hatte bereits schon, bevor ich das zweite Examen ablegte, für einen Anwalt gearbeitet. Habe dann dort weitergearbeitet. Aber dann wurde es mehr und mehr klar, dass ich das nicht mehr bis zu Ende meines Lebens machen würde. Aber der Punkt ist zunächst einmal der, dass ich in der Tat Jurist geworden bin, Anwalt geworden bin, praktizierender Anwalt. Das war sehr wichtig. Was ich damals aber noch nicht verstand. Und dann kam die Gelegenheit, dass ich mit meiner Frau, und dann hatte ich bereits schon einen Sohn, den Michael, der war dann neun Monate alt, nach Amerika gehen konnte, um für zwei Jahre, wie die Idee war, dann auch einmal was für das College zu studieren und dann in der Rechtsabteilung zu arbeiten. Aber dann war die Frage, ob ich nicht länger in Amerika bleiben könnte und wollte und sollte und weiter für die Rechtsabteilung arbeiten. Aber da bräuchte ich jetzt ein anderes Visum. Ich brauchte die sogenannte grüne Karte. Aber die grüne Karte konnte ich nur dann bekommen, wenn ich als Anwalt in Amerika zugelassen würde. Und normalerweise hätte das bedeutet, ich hätte von vornherein anfangen müssen, auf die Schule gehen müssen, wiederum zu studieren. Aber da ich nun Anwalt gewesen war, praktizierender Anwalt in Deutschland, bekam ich die Gelegenheit und die Erlaubnis, ein sogenanntes Examen lediglich für Anwälte durchzuführen, ohne vorher in die Rechtsschule gehen zu müssen. Ich habe das dann auch bestanden. Ich musste es bestehen, um die grüne Karte erhalten zu können. Und dann ging es natürlich so weiter, dass ich letztendlich ordiniert wurde, zu einem Prediger wurde, dann auch zu einem Pastor und dann Evangelisten. Aber schauen Sie, zurückblickend, wenn einer dieser Punkte nicht durchgeführt worden wäre, würde ich heute nicht vor Ihnen sitzen, mit Sicherheit nicht, und Ihnen heute diese Predigt geben. Alles dies war ohne Zweifel von Gott gelenkt, obwohl ich das gar nicht wusste. Auch die Tatsache, dass ich zum Beispiel meine Frau kennenlernte und heiratete, war von Gott gelenkt. Ohne dass ich dies vielleicht wusste, in gewisser Weise wusste ich das schon, aber die Konsequenzen, die waren mir nicht so klar geworden. Damals nicht. Heute haben wir zwei Kinder, die sind auch verheiratet, haben selbst wieder Kinder. Den Michael haben ja einige von Ihnen kennengelernt, der jetzt auch Prediger geworden ist und auch begonnen hat, jetzt in Deutsch zu predigen. Im Englischen macht das sehr viel leichter. Er ist ja hier in Amerika groß geworden. Aber schauen Sie, wenn Sie verheiratet sind und Sie werden jetzt zur Wahrheit geführt, machen Sie nicht den Fehler, dass Sie meinen, Sie müssten jetzt irgendwie die Ehe auflösen, weil vielleicht Ihr Ehepartner nicht zur Wahrheit gekommen ist. Nein. Schauen Sie, auch das kann von Gott gelenkt worden sein. Schauen Sie uns einmal Sprüche, Kapitel 18, Vers 22. Die einzige Möglichkeit, dass eine Ehe dann aufgelöst werden kann, ist, wenn der Ehepartner nichts von ihrem neuen Lebensweg wissen will und sich gegen sich stellt und gegen sich die Ehe stellt und Ihnen klar und deutlich macht, dass dieser Ehepartner nicht mal weiter mit Ihnen leben will. Dann, sagt Paulus, kann es zu einer Auflösung kommen. Aber wenn der Ehepartner nach wie vor willens ist, mit Ihnen zu leben, auch wenn er vielleicht die Religion, die Sie jetzt haben, nicht teilen will, dann besteht kein Eheschaltungsgrund. Aber hier in Sprüche, Kapitel 18, Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Schauen Sie, auch hier war Gott durchaus aktiv. Sprüche 19, Vers 21. Sprüche 19, Vers 21. In eines Mannesherzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Vielfach in Ihrem Leben haben Sie Entscheidungen getroffen, die notwendig waren, die bedeutungsvoll waren für Ihre spätere Berufung, ohne dass Sie das vielleicht gewusst haben. Aber Gott hat Sie inspiriert. Nicht in allen Entscheidungen. Und Sie haben auch Entscheidungen getroffen mit Sicherheit, die gegen Gottes Willen waren. Oder sagen wir einmal, die nicht im Sinne dessen war, was Gott eigentlich für Sie vorgesehen hatte. Aber Gott hat es zugelassen, um auch Ihnen da in gewisser Weise gewisse Lektionen zu geben. Daraus zu lernen. Denn wenn Sie dann zur Wahrheit gekommen sind, konnten Sie erkennen, ja, das war natürlich jetzt wieder mal eine dumme Entscheidung, die mache ich lieber nicht noch einmal. Sprüche, Kapitel 20. Und lesen wir Vers 24. Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Nun, es geht hier um die wesentlichen Schritte. Es geht darum, dass in wesentlichen Entscheidungen, die notwendig sind, damit sie zu gewissen Ergebnissen kommen, gerade auch im Hinblick auf ihre Berufung, die sind von Gott inspiriert worden, ohne dass Sie das vielleicht gewusst haben. Und so lesen wir etwas in Prediger, Kapitel 11. Prediger, Kapitel 11. Und in Vers 5. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Das ist sehr wichtig. Manchmal verstehen wir nicht, warum Gott gewisse Dinge so geleitet hat in unserem Leben oder warum er gewisse Dinge zugelassen hat. Einige, die haben ein schlimmes Leben gehabt, sagen wir einmal. Die haben wenig Liebe erfahren von Freunden, von Verwandten, von sogar den Eltern oder den Geschwistern. Und dann sagen sie ja, wo war denn Gott in dieser ganzen Zeit? Und ich habe da irgendwo Gott gar nicht gespürt. Aber schauen Sie, wenn Sie heute berufen sind, dann war Gott da. Und dann hat er zugelassen, dass gewisse Dinge in Ihrem Leben geschehen, sodass Sie letztendlich dahin kommen, wo Sie heute sind. Verstehen Sie dies? Gott will, dass Sie ins Reich Gottes eingehen, in sein Reich, dass Sie ewiges Leben erlangen. Und er wird alles tun, was notwendig ist, um Sie dahin zu bringen, wenn Sie ein williges Werkzeug sind in seinen Händen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man etwas begonnen hat, auch bevor man noch, sagen wir einmal, den Zeitpunkt erkannt hatte, dass man berufen war, dass man das Gute, was man begonnen hat, weiterführt, wie ich das damals mit meinem Jurastudium getan habe, ohne zu wissen eigentlich, warum. Es gab zunächst einmal nicht allzu viel Sinn, dass ich das jetzt weiterführen sollte und könnte, aber heute kann ich nach wie vor auch noch als Anwalt für Kirchenmitglieder tätig sein. Hauptsächlich bin ich jetzt natürlich als Pastor und Evangelist tätig, aber wenn es gewisse Schwierigkeiten gibt für Mitglieder innerhalb der Kirche, kann ich nach wie vor denen auch beistehen. Gott hat das alles vorhergesehen. Ich möglicherweise keineswegs. Prediger Kapitel 9 und in Vers 10. Prediger 9 und Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, das tu mit deiner Kraft. Das tu. Oder es heißt hier, alles, was vor die Hände kommt, das tu mit deiner Kraft. Das tu. Eine bessere Übersetzung ist, alles, was du vor die Hände bekommst, das tu mit deiner ganzen Kraft. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, da gibt es weder Tu noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Und was vor deine Hände kommt, das tu mit deiner ganzen Kraft. Und gibt nicht auf. Auch in physischen Bereichen. Gibt nicht auf. Es sei denn, es ist total natürlich gegen Gottes Gebot. Wenn sie zum Beispiel eine Arbeit verrichten und jetzt erkennen sie, dass man den Sabbat halten muss, dann können sie natürlich nicht weiterhin am Sabbat arbeiten. Auf der anderen Seite heißt das aber jetzt nicht, dass sie unbedingt sofort gleich die Flinte ins Korn werfen müssen und kündigen, sondern gehen sie zu ihrem Chef, beten sie zu Gott zunächst einmal, dass er ihnen Wohlgefallen bei ihrem Chef gibt und dass er ihnen die Weisheit gibt, die richtigen Worte zu finden und erklären sie ihrem Chef, warum sie jetzt am Sabbat nicht mehr arbeiten können, dass sie aber zum Beispiel willens sind, dafür am Sonntag zu arbeiten und an anderen Tagen wie Weihnachten oder Ostern, wo andere sowieso nicht arbeiten wollen. Aber denken Sie daran, dass Gott möglicherweise sie in diese Arbeit hineingeführt hat und er will nicht unbedingt, dass sie sofort jetzt davon weglaufen, wenn er ihnen jetzt die Wahl zu erkennen gibt. Schauen wir uns einmal Prediger Kapitel 11 an, Vers 1. Prediger 11 und Vers 1. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Vers 6. Am Morgen sehe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Also mit anderen Worten, tun sie ihren Job, tun sie ihre Arbeit und tun sie es mit ganzer Kraft und geben sie nicht auf. Auch wenn die Dinge vielleicht schwer werden. Sie haben eine Ausbildung begonnen, wie ich damals das Jurastudium begonnen habe. Geben sie nicht einfach auf und sagen, ach, ich weiß nicht, was das noch für einen Sinn hat, ich gebe mal auf. Schauen Sie, alle die, die Gott letztendlich zu großen Positionen berufen hat. David, der hat auch nicht gesagt, ja, mit dem Schäfertum, da habe ich irgendwie kein, habe ich nichts am Hut, da höre ich mit auf. Oder Petrus, nee, Fischer will ich auch nicht mehr sein, höre ich mit auf. Nein, Gott hat es gelenkt, dass diese Position zunächst einmal bestanden, um gewisse Erfahrungen sammeln zu können. Für eine weitaus größere Position, die Gott für diese Menschen vorhatte, die mit Sicherheit nichts davon wussten. Haben sie Talente. Hat Gott ihnen Talente gegeben? Nutzen sie ihre Talente. Einige sind sehr talentiert im musikalischen Bereich. Nutzen sie die. Lassen sie sich einfach verkümmern, sondern nutzen sie sie. Es gibt ja dieses Gleichnis mit den Talenten. Und einige, ich verstehe, dass es symbolisch auch zu verstehen ist, die vergraben ihre Talente, benutzen sie nicht. Das kann man aber auch ganz wörtlich sehen. Wenn Gott ihnen Talente gegeben hat, dann nutzen sie sie und tun sie alles, was notwendig ist, um diese Talente zu fördern. Sie wissen nicht, warum diese Talente vielleicht noch letztendlich von Bedeutung sein können für sie. Wenn sie zum Beispiel Musik, in Musik gut sind, in irgendwelchen Instrumenten. Und sie haben die Gelegenheit, zum Beispiel auf der Musikschule zu studieren. Tun sie es. Und tun sie es, um ihre Talente auszubauen. Wenn das ihre Berufung ist, in physischer Hinsicht, dann tun sie es. Und geben sie nicht einfach auf und sagen sie, ach, es ist zu schwer. Der Jeremia, der sagte, ach, ich bin zu jung, kann ich nicht. Moses sagte, nee, ich kann nicht sprechen, stottere. Und so weiter und so fort. Jeder versuchte Ausflüchte. Und Gott sagt, ja, wer hat eigentlich den Menschen den Mund gegeben? Und sagt, du nicht, du bist zu jung. Ich habe dich seit Mutterleib ausgesondert. Das gilt aber auch im physischen Bereich. Wenn Gott ihnen Talente gegeben hat, dann nutzen sie sie und lassen sie sie nicht verkümmern. Alles das, was wir heute erleben, in diesem Leben, kann uns sehr helfen, auch im Millennium, den Menschen zu helfen. Die müssen wir ja dann unterrichten. Über die müssen wir ja herrschen. Mit anderen Worten, die müssen wir leiten. Die müssen wir lenken. Die Erfahrungen, die wir heute machen, können von großem Nutzen sein. Wenn wir sie nicht ignorieren, wenn wir sie nicht von uns wegwerfen. Selbst Christus musste lernen, was es bedeutet, im Leid gehorsam zu sein. Er war ja ein Mensch. Er musste dieses menschliche Leid erfahren, um zu verstehen, selbst im Leid kann nicht gehorsam sein. Nun Gott, wenn sie krank sind, Gott mag sie nicht unbedingt sofort jetzt heute heilen. In vielen Fällen hat Gott Menschen geheilt. Nun, wir blasen da jetzt nicht die Posaune, wie das andere tun und verkündigen das nicht in aller Welt, um zu zeigen, wie großartige Menschen wir sind. Denn die Herrlichkeit und die Ehre gehört Gott und Christus hat vielfach den Menschen damals verboten, die Heilung, die sie erfahren haben, weiterzugeben. Aus gewissen guten Gründen. Aber schauen Sie, es liegt an Gott, wann Heilung erfolgen soll. Geben sie nicht auf, werden sie nicht entmutigt. Wir wissen, dass wir letztendlich alle geheilt werden. Wir wissen, dass alle Menschen letztendlich geheilt werden. Zu dem Zeitpunkt, den Gott für richtig hält. Wir lasen über den Mann, der viele Jahre lang blind geboren war und blind war, der wurde zu dem Zeitpunkt, als Gott es für richtig hielt, geheilt. Und so gibt es weitere Beispiele. Wir wissen, im großen weißen Throngericht wird es keinen Menschen mehr geben, der in irgendeiner Form krank sein wird. Die werden alle im gehaltenen Zustand da auferweckt. Auch im Millennium werden alle Menschen geheilt werden. Wenn das der Zeitpunkt ist, den Gott vorhergesehen hat, dann akzeptieren sie dies und meinen sie nicht, Gott sieht über ihr Leben hinweg und beachtet sie nicht. Er hat sie seit Grundlegung der Welt berufen, er hat sie gekannt. Denken wir daran, er hat sie die ganze Zeit ihres Lebens hindurch beobachtet und hat sie inspiriert, auch gewisse Dinge zu tun. Bleiben sie dabei, bleiben sie, behalten sie das Gute fest. Lehnen sie das Böse ab, bleiben sie bei dem Guten und fördern sie das Gute, das Gott in ihnen bereits entwickelt hat. Und wie gesagt, springen sie nicht von dem Zug ab, sondern bleiben sie in diesem Zug, bis sie das ewige Leben erlangt haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, Herr Norbert Lenk, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, Herr Norbert Lenk, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.